UNTERTITELUNG Was denn für Geld? 30.000 Hey Yashik, alles klar? Was geht? Ist mein Messer? Was redest du denn mit mir? Was redest du denn mit mir? Was redest du mich vor meinen Computer? Willst du die verarschen? Was für ein Messer? Was denn da? Schuldet er mir. Stefan, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Lasst euch da bloß nicht vollquatschen. Ihr macht Druck, ist das klar? Ich brauche Resortate, Bernd. Ich versteh's nicht. Willst du jetzt alles sehen? Ich werfe überhaupt nichts hin. Mein bester Freund ist verschwunden. Sag mal, raffst du's eigentlich noch? Zwei Kollegen sind tot und ihr verhalten euch wie Arschlöcher! Ihr macht überhaupt nichts, klar? Bleiben cool, das bringt uns nicht weiter. Ist das so? Ja. Da ist noch etwas. Wir konnten hier eine Dienstwaffe nicht finden. Sind wir Freunde? Drosten? 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 Vielen Dank.